Immer wenn man so eine Beerdigung organisiert, stellt man sich, glaube ich, die Frage, wo will ich mal liegen? Sinnsuche. Ein Podcast der Kirche im NDR. Wir wollen über Heimat sprechen. Also moin. Moin. Und herzlich willkommen bei Sinnsuche. Ich bin Oliver Vorwald, Radiopastor, zu hören bei NDR 1 Niedersachsen und zu Gast ist Anni Heger. Anni ist Autorin, Moderatorin, Sängerin, Kabarettistin. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, aber da kannst du auch gleich aufhören. Da wird mir immer ganz schwindelig, wenn die Leute aufzählen, was ich alles mache. Das wird mir dann oft erst bewusst, dass es doch ganz schön viel ist. Aber ich habe an allem ganz, ganz viel Freude. Und das hört man auf Hochdeutsch und auf Plattdeutsch. Ja, auch hier bei NDR 1. Wir haben ja auch für dich geschmückt. Was denn? Warte, ich drehe mich kurz um. Ja, dreh dich um. Oh. Ja. Die sieht aber ein bisschen abgeranzt aus. Weißt du, die Herr? Die ist auch abgeranzt. Die hing bei uns auf dem Hof und die hat der Wind, die Ostfriesland-Fahne, schwarz-rot-blau ausgebrannt. So sagt man, glaube ich. Und meine Frau nimmt die jetzt, wenn sie mit den Pferden arbeitet, hat sie die an so einer Gärte, um die dann... Ja, wahrscheinlich eine Tuschierpeitsche. Eine Tuschierpeitsche, das kann gut sein. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich kenne mich damit auch leider überhaupt nicht aus, aber meine Schwester ist ja so eine Pferdemaus. Ah. Die ist Pferdeverhaltenstherapeutin. Ach so, und auch voltigiert früher? Nee, sie hat nicht voltigiert, aber sie ist vor allen Dingen nicht... Also sie ist ja eigentlich Diplom-Schauspielerin und irgendwann hat sie dann angefangen, Tierpsychologie zu studieren und jetzt ist sie in ganz Europa unterwegs und kümmert sich darum, dass Pferde auf den Hänger kommen, dass sie links von rechts unterscheiden können. Das kann ein Problem sein. Ich habe das erlebt, als wir umgezogen sind von Ostfriesland zu jetzt hier in den Großraum Hannover. Die Pferde mussten ja mit und die wollten eben nicht so schnell auf den Hänger und das hat echt Mühe gekostet, die da rauf zu bekommen. Und meine Schwester macht das so, dass die am Ende da ganz alleine drauf gehen und du sie noch nicht mal schicken musst. Ja, und da müsste ich euch mal vermitteln. Aber irgendwie hat es dann geklappt. Und ich habe was mitgebracht. Ach herrje. Genau, Dieter Hallerforden. Ich dachte, mit dem steigen wir ein. Dieter Hallerforden, dem hast du Plattdeutsch beigebracht. Plattverpoolt, genau. Deine Muttersprache für Ostfriesisch, für Anfänger. Und der gute Dieter, der spielt da Uwe Hinrichs. Ein Eigenbrötler und Tankstellenbesitzer irgendwo im Nirgendwo zwischen Auerk, M und Nörn. Also zwischen Aurich, Emden und Norden. In dieser Metropolregion. Genau. Und sag mal, wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis? Also, ich war schon sehr erstaunt darüber, dass man für diese Rolle jemanden genommen hat, der überhaupt gar keine Beheimatmung in der plattdeutschen Sprache hat. Dass es dann Dieter Hallerforden geworden ist. Ich fand, er war super besetzt als dieser, als dieser grummelige Stiesel, dieser, auch wie man sich eben so ein, so ein Ostfriesen ja nun mal auch irgendwie vorstellt. Also, da fand ich ihn super besetzt. Natürlich hätte ich mich gefreut, wenn es jemand gewesen wäre, der so richtig ostfriesisches Blatt mit der Muttermilch aufgesogen hat. Denn letztendlich machen wir uns nichts vor. Die plattdeutsche Sprache, das ist, wenn ich die plattdeutsche Sprache im Ohr habe, dann löst das sofort ein Heimatgefühl in mir auf. Das kann ich überhaupt nicht verhindern. Und gerade diese älteren Herrschaften, die so ein urtümliches Plattdeutsch noch sprechen mit Wörtern, die ich schon gar nicht mehr richtig kenne, da wird mir richtig warm ums Herz. Natürlich hätte ich mich also darüber gefreut. Mir war aber auch klar, wo findet man so jemanden? Nirgends wahrscheinlich. Also hat man Dieter Hallerforden genommen und ich finde, dafür, dass er irgendwie aus Dessau kommt, hat er es ziemlich gut hinbekommen. Ich habe immer versucht, Tipps zu geben natürlich und zu sagen, sie müssen langsamer sprechen, Herr Hallerforden, sie müssen langsamer sprechen. Hier ist eher auch sprachlich die Zeit etwas stehen geblieben. Und ja, und wir haben natürlich sehr viel an der Aussprache geübt. Und ich bin mit dem Ergebnis, ich bin nicht mit jeder Szene richtig zufrieden und musste dann ganz oft auch sagen, okay, dann lieber die wirklich gut gespielte Szene als das astreine Plattdeutsch. Ja, also ich kann das gut verstehen. Ich fand den Film, mir hat er gut gefallen. Ich fand das Platt ein bisschen hölzern, aber ich weiß auch, wie schwer das ist, Plattdeutsch zu lernen. Wie sieht es eigentlich mit deinem Plattdeutsch aus? Ja, also ich bin ja sozusagen, irgendwann hat eine Zeitung mal gesagt, in Ostfriesen geht zum NDR. Das fand ich war so der Ritterschlag und auch als wir aus Backband weggezogen sind, der Verabschiedungsgottesdienst, das war einfach toll. Und dann haben wir nachher das Ostfriesland-Lied gesungen. Ach, wie schön. Handörgel und alle sind aufgestanden, Hand aufs Herz und also die Nationalhymne. Und als wir 2007, da kamen wir von Magdeburg nach Ostfriesland, kamen nach Backband, da habe ich mich dann angemeldet für einen Plattdeutschkurs. An der Kreis-Volkshochschule in Auerk, in Aurich bei Heinz Eschen. Herzliche Grüße. Ja, auch von mir. Und habe gelernt und wirklich an mir gearbeitet. Zu einigen habe ich auch immer noch Kontakt. Das ist ganz toll, gerade zur Weihnachtszeit schreiben wir uns immer. Und ich habe mir echt, echt Mühe gegeben und habe dann meinen Kindern auf Plattdeutsch vorgelesen. Die sagten immer, Papa, du sprichst so komisch. Und dann habe ich im Gottesdienst auch die Begrüßung schon immer auf platt gehalten. Und da viel Zeit investiert. Die Leute haben ein bisschen gekichert. War ja auch klar, ist ja auch nicht so einfach, das alles auszusprechen, wenn man mit einer hochdeutschen Heidja-Zunge aufgewachsen ist. Aber es hat mir Spaß gemacht bis zu dem Moment, wo ich dann einen Besuch gemacht habe. Das Haus nenne ich nicht. Und da sagte mir der Hausherr, Hausherrin nahm mich beiseite und sagte, Pastor, lass das. Die Leute lachen über dich. Och nee. Und da war ich dann, das war dann sozusagen das Ende meiner eigenen Plattdeutsch-Karriere. Ach, wie unfassbar schade, oder? Ja, ist schade. Aber wie ist das denn so mit dir, wenn du merkst, dass Udländers versuchen, platt zu proben? Also, wenn wir immer nur Menschen plattdeutsch sprechen lassen, die das schon können, dann ist diese Sprache dem Untergang geweiht. Müssen wir uns ja nichts vormachen. Wenn wir hier, wir reden ja auch viel von der Plattpolizei und dieser Hausherr scheint ja wohl einer von dieser Sorte gewesen zu sein. Es gibt unglaublich viele Diskussionen auch in der Plattdeutsch-Community über, was ist das richtige Platt, was ist das bessere Platt, was ist das schönere Platt? Und dürfen eigentlich diese Spätkonvertierten sozusagen wie du, dürfen die überhaupt Plattdeutsch sprechen oder ist das schon blasphemisch? Und ich finde einfach, wir müssen darauf achten, dass wir eben nicht über die Menschen lachen, die versuchen, unsere Sprache sprechen zu wollen. Und das können wir jetzt auch vom Plattdeutschen mal weg, einfach wegziehen, sondern das geht ja auch um Menschen, die hier bei uns in Deutschland eine neue Heimat finden, die Hochdeutsch lernen. Wir können auch nicht über sie lachen, nur weil sie versuchen, eine Sprache zu finden, um ihre Geschichte mit uns zu teilen, beziehungsweise unsere Geschichten verstehen wollen, damit wir irgendwie gemeinsam hier leben können. Und in Ostfriesland ist das nun mal etwas spezieller. Wir sind so unglaublich stolz auf unsere Sprache und ich finde, das können wir auch sein, weil das so eine schöne, lyrische, weiche, blumige, bunte Sprache ist. Das wollte ich doch mal wissen, denn für die allermeisten Leute hat Plattdeutsch immer so das Etikett des Klamaukigen. Ja, da ist mal richtig was schiefgegangen in dieser Entwicklung, ja. Warum? Ja, warum ist eine gute Frage. Das kann ich nicht beantworten, dafür bin ich tatsächlich, das kann ich ja mal an dieser Stelle sagen, ein bisschen zu jung, um da in eine Ursachenforschung reinzugehen. Ich war nicht dabei, als das schiefgegangen ist. Wie ist man denn lyrisch oder gar zärtlich auf Plattdeutsch? Das ist total einfach, dadurch, dass gerade das ostfriesische Plattdeutsch ja viel vom Diminutiv, von der Verniedlichungsform geprägt ist. Also anders als jetzt hier im hannoverschen Raum oder im bremischen Schleswig-Holstein. Wir sagen halt Bietje und Lütje und so weiter. Das ist alles immer so ein weiches Ende. Und es klingt halt überhaupt nicht hart. Und ich finde fast alles, was man auf Plattdeutsch sagt, und da macht auch der Ton die Musik, das ist klar, hat eine Zärtlichkeit. Liegt vielleicht auch daran, dass ich mit dem Plattdeutsch meiner Großeltern aufgewachsen bin. Und meine Großeltern nicht nur mir gezeigt haben, was bedingungslose Liebe ist, sondern sie haben mir eben auch die Liebe zu ihrer Sprache vermittelt. Weil meine Oma immer schon kleine Löcher, Riemsels und Vertärzels auf Plattdeutsch selbst geschrieben hat. Sie hat selbst mit Plattdeutsch gespielt und hatte da so ein Vermorg an, also so eine Freude an. Richtig mit Leidenschaft. Und mein Opa hat mich immer, als er gehört hat, ich stehe jetzt mit Plattdeutsch auf der Bühne und ich bin bei Hermann Bait & Toe dabei, hat er mich immer angerufen, wenn ihm wieder irgendein altes, schönes Wort eingefallen ist. Und hat gefragt, Anni, kannst du nicht Dorf an was mocken? Also er hat immer gedacht, ich kann das Plattdeutsch, das, was ihm noch dazu einfällt, vielleicht nochmal anders in die Welt tragen. Und das ist einfach so unglaublich schön. Und deswegen ist für mich Plattdeutsch Zärtlichkeit und Liebe pur. Und ich kann mir das gar nicht, also ich könnte jetzt sagen, da regt mich ja die Frage schon auf. Ja, soll es ja auch. Also wir wollen über Heimat sprechen und wir sind schon mittendrin bei Sprache und was Sprache für Heimat bedeutet und das Plattdeutsche. Und nochmal der Bogen zu Ostfriesisch für Anfänger. Also Plattdeutsch hat ja genau da diesen Effekt. Also es wird, also in dem, er wird ja selber, Uwe Hinrichs, der Tankstellenpächter, wird ja selber zu einem Plattdeutsch Lehrer, nämlich für eine bunte Truppe an Udländers, die da kommen. Und die lernen Plattdeutsch ganz engagiert und werden dadurch heimisch. Also Sprache hat ganz viel, trägt ganz viel dafür aus, dass wir heimisch werden irgendwo. Und du hast von Lieblingsworten gesprochen. Ich habe auch ein paar Lieblingsworte auf Plattdeutsch. Auf Plattdeutsch. Spannend. Und eins meiner Lieblingsworte ist zum Beispiel Keteke. Keteke, ja. Genau, das Eichhörnchen. Genau, das Eichhörnchen. Und dann sagte ein guter Freund, der leider schon verstorben ist aus Neuem Moor, sagte immer, du, ich habe da so einen Typen, der sagt immer, es gibt da so eine Kneipe in Aurich und Katul. Und dann Katul, wo ist denn dieses Katul? Und dann sagt er, du sprichst es falsch aus, das heißt Katul, also Katzeneule, Schleiereule. Hast du so Lieblingsworte, alte Worte? Ja, also das ist ja eine Frage, die ich häufiger gestellt bekomme. Und ich muss sagen, das verändert sich. Also ich bekomme immer wieder neue Wörter irgendwie dazu, die mir so ins Herz fallen und sich da einnisten. Also ich finde dieses Wort Leiftalligkeit, also und das ist tatsächlich das Wort für Zärtlichkeit, das finde ich total schön, weil das so Leiftalligkeit ist. Also ich finde, das ist schon phonetisch, im Sound ist es schon irgendwie weich und zärtlich, das finde ich sehr, sehr schön. Dann gibt es dieses Wort Resilfeien. Also das ist eigentlich etwas, dass man nochmal über etwas nachdenken muss, man Gedanken und Gefühle in sich nochmal bewegt, um am Ende zu einer Entscheidung zu kommen. Also das ist so ein Wort für einen Prozess und den finde ich total gut. Und wenn ich auf Hochdeutsch diesen Prozess irgendwie mit Worten darstellen will, dann brauche ich da mal unglaublich lange dafür und sage dann auch einfach immer das plattdeutsche Wort. Ja, ich muss das nochmal irgendwie Resilfeien, was es natürlich so überhaupt gar nicht gibt. Ja, also Resilfeien. Und ich finde, da gibt es ganz viele Wörter im Plattdeutschen, die solche Zustände oder Prozesse irgendwie so viel schöner beschreiben, als ich das im Hochdeutschen könnte. Ja, und es ist in eigen Sprach. Ja, kein Dialekt. Genau, das muss man immer wieder sagen. Und ich bin ein Stück weit traurig, dass ich das nicht mit der Muttermilch aufgesogen habe. Und da, naja, mit den Betonen oder auch wie manche Vokale gedehnt werden, das ist echt, habe ich auch mal gesagt, so wie chinesisch oder japanisch. Das ist gar nicht so einfach. Gay-Hunger ist auch so ein Wort, was ich total cool finde. Und da haben wir, lustigerweise haben wir gerade darüber gesprochen, an der Teetafel in Ostfriesland saß ich mit meiner Tante und meiner Mutter. Und meine Tante sagte ja, dass die Frauen in unserer Familie immer dieses Wort Gay-Hunger gesagt haben. Und das war so, wenn sie lange bei der Heuernte oder so auf dem Feld waren und eben diesen, ich weiß, es gibt ja dafür gar keine Übersetzung. Ich weiß gar nicht, wie ich das... Naja, mir haben die Leute gesagt, ich sagte immer, wenn ich morgens beim Geburtstagsbesuch zu viel Tee trinke, Ostfriesentee, also drei ist Ostfriesenrecht, das muss ja immer getrunken werden. Richtig. Und dann wurde mir immer flau, ich bekam so einen leichten Schimmer. Und dann sagten die mir, Herr Pestor, das ist Gay-Hunger. Ja. Also wenn Ihnen so flau wird im Magen und dann haben Sie noch nicht ordentlich gegessen und dann gab es noch ein Schwarzbrot. Genau. Und die Frauen bei uns, also dann eben bei der Heuernte oder wenn sie am Sensen waren oder irgendwie auf dem Land gearbeitet haben, die hatten eben auch noch nicht genügend gegessen für diese harte Arbeit, die sie da irgendwie verrichten mussten. Und deswegen, ach lustig, weil mir war das Wort noch nie begegnet. Und jetzt innerhalb von sieben Tagen zweimal, das ist doch schön. Siehste, da musst du herkommen zur Sinnsuche, einem Podcast der Kirche im NDR. Sprache. Jared Dibaba, Kollege von dir, auch so ein Tausendsasser. Auch so eine Art, ja, Möwe, nennst du dich oder wirst du genannt auf deiner Website? Bunter aus Riesischer Möwe? Nee, was steht da noch? Paradiesvogel. Paradiesvogel. Genau, unter den Möwen. Ja, er ist auf jeden Fall auch ein Tausendsasser, spricht Plattdeutsch. Ist auch ein spätkonvertierter Plattdeutscher. Ah, und Moderator, hat sogar eine eigene Bar in Hamburg, wie ich erfahren habe. Und das Uwe. Das Uwe, genau. Und Plattdeutsch ist auch Muttersprache. Für ihn, sagt er. Er sagt aber auch, dass er mehrere Heimaten hat. Ja. Wie ist das mit dir? Du pendelst ja auch zwischen verschiedenen Orten. Wo ist so? Ich pendel ja nicht nur, sondern wenn wir gerade nicht in pandemischen Zeiten sind, dann fahre ich ja los und komme irgendwann wieder an einem Ort an, wo ich mal losgefahren bin. Das kann nach sehr vielen Tagen und manchmal auch nach Wochen sein. Also, es ist nicht richtiges Pendeln. Aber ich bin an zwei Orten in Deutschland sehr, sehr viel. Und das ist in Berlin, weil ich dort quasi meine Wohnung habe. Und das ist eben in Ostfriesland, weil dort noch meine Familie wohnt. Und ich dort natürlich auch sehr viel arbeite, weil das Plattdeutsche ist nun mal dort verortet. Und das macht keinen Sinn, wenn ich irgendwie in Oberfrangen jetzt mit einem plattdeutschen Kabarettprogramm da so komme. Komm, macht keinen Sinn. Genau. Aber diese zwei Heimaten, ach, schlagen in meiner Brust, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich bin mit 16 Jahren nach Amerika gegangen für ein bisschen länger als ein Jahr und habe dort meinen Highschool-Abschluss gemacht. Und 16 ist eine spannende Zeit in unserer aller Leben. Mit 16 ist unglaublich viel dran. Man lernt sich sehr anders nochmal kennen. Und ich habe diese Zeit eben erlebt, ohne meine Eltern da zu haben. Ich war ganz alleine. Und ja, ich konnte ein bisschen Schulenglisch, aber wenn wir ganz ehrlich sind, hilft dir das nicht ultra viel, wenn du dann da in Amerika auftauchst. Damals gab es noch kein Facebook und es gab noch kein Netflix, wo man irgendwie die Serien im englischen Originalton hören konnte. Ich kam da also maximals unvorbereitet sprachlich an. Und ich habe gemerkt, je besser ich die Sprache irgendwann konnte und ich vor allen Dingen irgendwann meinen ersten Witz gemacht habe auf Englisch. und alle gelacht haben, wusste ich, jetzt bin ich angekommen. Krass. So, die Leute verstehen mich. Auf einmal verstehen sie meinen Humor. Sie verstehen mich als Anni Heger auf einmal. Ich bin eigentlich eine ganz lustige Person. Das konnten die in Amerika aber überhaupt noch gar nicht herausfinden, weil ich konnte noch nicht lustig sein in dieser Sprache. Und das passierte irgendwann. Und dann merkte ich, je mehr Vokabeln ich dazu bekam, je mehr die oder je weniger die Menschen gemerkt haben, dass ich gar nicht aus Amerika, also dass ich, viele haben dann irgendwann nicht mehr gehört, dass ich aus Deutschland kam, umso weiter wurde auch meine Welt auch im Kopf. Ich konnte mich besser ausdrücken. Ich konnte meine Geschichten teilen. Dazu habe ich mehr Menschen kennengelernt, die dann mehr Geschichten von mir hören wollten. Ich konnte sie besser verstehen. Aber da sind wir wieder bei Sprachen, wie wichtig Sprache für Heimat ist. Und wenn man Witze versteht in einer anderen Sprache und auch selber Witze machen kann, das ist sicherlich ein guter Indikator dafür, dass man wirklich angekommen ist. Was macht Heimat für dich noch aus? Was brauchst du für Heimat? Ich brauche ganz, ganz viel, das klingt immer so pathetisch, aber ich brauche ganz viel Wärme. Ich brauche unglaublich viel Familie. Also, wenn wir ganz ehrlich sind, Heimat gleich Zuhause gleich Familie. Da, wo meine Familie ist, und dann kann die auch im Urlaub im Gasteinertal in Österreich mit mir sein, dann ist das trotzdem Zuhause. Es ist egal, wo die ist, ich bin dann Zuhause. Und ja, wenn ich in Wiesmoor in die Kanalstraße beim Möbelbus einbiege und dann die so entlangfahre und ich jede Kurve kenne und jedes Haus und dann denke, oh, da ist wieder ein neues Haus, was gebaut worden ist. Und dann kommen wir da an der ehemaligen Methodistengemeinde vorbei. Dann löst das auch ein Heimatgefühl bei mir aus. Sicherlich, aber vor allen Dingen, weil ich mit dieser Straße und mit dem nach, also dorthin fahren, zu meiner Familie fahren, einfach unglaublich viele Erinnerungen habe. Und deswegen, ich würde sagen, Heimat ist für mich Familie. Und das ist eben, wenn ich das kurz ergänzen darf, das ist auch in Amerika so. Ich habe ein unglaubliches Heimweh, was ja ein Fernweh ist eigentlich nach Amerika. Und jetzt sind schon zum dritten Mal meine Flüge innerhalb von zwei Jahren verschoben worden. Ich hätte eigentlich 20-jähriges Highschool-Jubiläum gehabt. Meine amerikanische Oma ist gestorben in dieser Zeit. Ich konnte nicht zur Beerdigung. Ich habe neue Nichten bekommen. Wir können gerade an unser beider Leben nicht teilhaben. Und ich habe ein ganz tolles Weh in mir. Und jetzt gibt es tatsächlich wieder Flüge, die da in meinem Kalender stehen. Und da fieber ich total drauf hin, weil das auch meine Heimat ist. Ja, wie schön. Du musst was trinken. Ja. Der Radiopastor trinkt hier übrigens ganz harte Sachen, nur für alle. Ich habe hier noch ein bisschen was aufgebaut. Leider haben wir kein Backbanner Bier da. Aber du hast ja von Max erzählt, dass ihr zwischendrin bei eurem Talk ein Bier getrunken habt, um euch aufzulockern. Und da dachte ich, ich bringe für die Anima ein bisschen was mit. Der Sekt aus der Basiskirche, zu der kommen wir noch, ist leider gefroren. Ja, was habt ihr damit denn gemacht? Ich habe ihn heute Morgen mitgebracht und dachte... Eskalieren lassen, ja. Ich dachte, schnell kalt stellen für Anni. Und dann habe ich noch ein Bockbier mit und ein bleifreies Typ, ein bleifreies Bier, falls wir nochmal irgendwie was trinken wollen. Ja, was würdest du denn davon nehmen? Ich habe einen Dry January gemacht und würde sagen, heute kann man das brechen. Ich könnte von allem was trinken. Aber das darfst du dann entscheiden. Ich wollte dir ja was erzählen, weil das, was du erzählt hast über deine vielen Heimaten oder die vielen Zuhauses und auch die Menschen, die damit verbunden sind, mir geht das ähnlich. Also, wir haben ja an verschiedenen Orten gewohnt, meine Frau, meine Kinder und ich, in Magdeburg eine Zeit lang, dann eben acht Jahre in Ostfriesland. Und die Mädchen sagen auch beide, obwohl sie in Magdeburg geboren sind, sie sind Ostfriesen. Und ich bin ja in der Lüneburger Heide aufgewachsen und würde auch sagen, ich habe viele Zuhauses oder mehrere Zuhauses und mehrere Heimatorte. Das ist mir neulich nochmal bewusst geworden. Da hat mich bei einer Familienfeier in Dresden, das finde ich auch toll, dass das mit dazugehört, einen Freund gefragt, den ich zehn Jahre lang nicht gesehen habe, der meinte, du, sag mal, der ist jetzt mit mir verwandt sogar. Der sagte dann, wie ist das für dich? Was war Magdeburg für dich? Was hast du daraus gelernt? Und da konnte ich nicht antworten. Als ich nach Hause gefahren bin, jetzt sage ich nach Hause, also zu unserem Haus, habe ich gedacht, nee, Magdeburg war und ist ein Zuhause. Also, ich bin da immer noch gerne und besuche da Freunde. Genauso wie in Uelzen, da wohnt meine Mutter und auch Backbahn, da bin ich neulich, man darf ich gar nicht so erzählen, nachts nach einem Treffen durchgefahren. Und die Straßen waren schon dunkel und das war so ein ganz tiefes Heimatgefühl, weil ich ja auch weiß, wer hinter welchen Fenstern wohnt und schläft. Und das sind die Menschen. Also es ist nicht nur, landschaftlich bin ich Lüneburger Heide, muss ich sagen, aber so vom menschlichen, vom Herzen her, würde ich sagen, bin ich dann auch ein Ostfresenkind. Ach Gott, da muss man ja bruhlen. Ja, ein Stückchen. Schon geschafft, immer dieses, ich mache das ja gerne mal, öffentlich-rechtlich heulen. Also die Menschen, ich kann auch nicht verstehen, was andere immer sagen, dass die Ostfriesen so sturköpfig sind oder so. Ich habe selten so warmherzige, offene Menschen erlebt, die auch so viel mitmachen und experimentieren und so. Also Nachbarschaft habe ich nirgends so gut erlebt wie in Ostfriesland. Und wow, ich finde, man muss deiner ehemaligen Nachbarschaft diesen Ausschnitt noch einmal schicken. Ich sage es denen, ich sage denen vorher Bescheid, dass wir miteinander sprechen. Aber wie wunderschön. Und das Tolle ist ja, und deswegen geht mir das so ans Herz, du redest ja über meine Heimat. Ich bin dort Ostfresenkind, ich bin in Auge, in Kreiskrankenhus, ob Welt kommen. Und dass da jemand sagt, obwohl du dort nicht geboren bist, obwohl du dort nicht in den ersten Jahren sozialisiert worden bist, dass du ein Ostfresenkind bist. Das geht mir total ans Herz. Klingt jetzt vielleicht noch so ein Beispiel ein bisschen morbide. Ich habe mal überlegt, wenn ich mal gestorben bin, was hoffentlich noch lange, 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 lange auf sich warten lässt. Du machst mir einen ganz fitten Eindruck. Wo ich so beerdigt sein möchte. Und da fiel mir eigentlich nur Backband ein, wo ich auch Pastor gewesen bin. Und der Kirchhügel und diese schöne alte Kirche und so, da würde ich mich wohlfühlen. Allerdings am ganzen, also am Stück nicht als Urne, sondern das finde ich so eine schöne Vorstellung. Wie geht es dir mit solchen Gedanken? Ja, also meine Familie, wir sind unglaublich gut in Beerdigungen organisieren. Das haben wir bis zum Exzess, leider Gottes, betreiben müssen in den letzten Jahren. Wir sind da richtige Beerdigungsprofis, kann man sagen. Und wir sind vor allen Dingen auch schon Trauerprofis. Und immer, wenn man so eine Beerdigung wieder neu organisiert, stellt man sich, glaube ich, die Frage, wo will ich mal liegen? So, und ich glaube, ich habe meinen letzten Ruheort sozusagen noch nicht gefunden. Was vielleicht auch daran liegt, dass in meinem Leben auch noch nicht so viel Ruheort da ist. Ich glaube, das hat schon etwas damit zu tun. Und ich bin nun mal irgendwie, ich bin immer auf Reise. Ich bin immer auf Brutt, so. Und da ist so wenig Ruhe. Warum soll ich mir vorstellen können, wenn dann so wirklich Ruhe eingekehrt ist, wo ich mal sein möchte, wo mein Ruheort ist? Meine Mutter hat irgendwann gesagt, also eigentlich musst du in Spätz auf den Friedhof. So, in Spätzerfeen. Ja. Ich so, ja klar, direkt neben Greta schon. Wie auch immer. Und da liegen Oma und Opa, da liegen unglaublich viele Menschen, die ich eben kenne und die mir eben auch Heimat sind. Warum soll ich da nicht? Und da bin ich auch übrigens total gegen Urne. Ich möchte da auch im ganzen Stück sein. Ich würde gerne zwischen denen liegen. Also jetzt nicht unbedingt zwischen Oma und Opa. Die sollen schon weiterhin nebeneinander liegen. Aber das kann ich mir vielleicht noch ganz gut vorstellen. Aber letztendlich habe ich das noch nicht gefunden. Kleine Träne im Auge. Also du, emotionales Thema, emotionaler Punkt. Du kommst ja auch aus dem christlichen Elternhaus. Maximalst christlichst versifft, der Haushalt, ja. Okay. Absolut, genau. Und. Im positiven Sinne, Entschuldigung, das muss man vielleicht der Hilferschaft einmal sagen. Ja, natürlich. Also und das Schöne an Ostfriesland ist, da ist Kirche auch echt noch, hat einen Stellenwert. Also es sind ganz viele Mitglied und die Menschen wollen wirklich was von ihrer Kirche und auch von ihren Pastorinnen und Pastoren. Das ist ganz toll. Wenn man so die Bibel nimmt, die sagt ja, unsere Heimat liegt im Himmel. Ist das so ein Glaubenssatz, mit dem du was anfangen kannst? Ja, mit den bereiteten Wohnungen kann ich schon was anfangen. Also natürlich bin ich auch immer als Kind mit diesem Bild im Kopf groß geworden, dass da wirklich so ein ganzes großes Hochhaus gebaut wird irgendwie. Und dieses Bild hat sich dann auch sehr verfestigt in mir und ich finde es total toll. Das ist so ein total weltliches Bild und damit tue ich Gott und ja, ich tue Gott eigentlich damit Unrecht, dass ich das Bild so weltlich sein lasse. Aber mehr kann ich, also weiter kann ich gerade noch nicht denken. Es muss dieses Hochhaus bleiben. Und ich finde es so toll, es ist so ein bisschen wie Lindenstraße und wir können uns dann alle besuchen und es ist alles ein bisschen weniger Drama als in der Lindenstraße natürlich, aber wir können uns alle besuchen. Ich habe da, obwohl ich glaube, im Leben für mich Gott und Glaube gefunden zu haben, habe ich trotzdem ein Problem damit, mir das danach vorzustellen. Weil ich mein Leben so unglaublich lieb habe. So und deswegen meine Angst vor dem Tod ist unfassbar groß. Also richtig, richtig groß, sodass ich manchmal denke, das ist fast pathologisch. Aber man kann ja auch nur eine so große Angst vor dem Tod haben, wenn man so gerne lebt. Also was für ein Geschenk dann auch schon wieder. Also deswegen nehme ich die Angst vor dem Tod so in Kauf, weil das bedeutet, dass mein Leben toll ist. Und dass die Menschen in diesem Leben toll sind. Aber ich gehe da mal rein, das geht mir genauso. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen, wie das sein wird. Und das war, das verrate ich jetzt wirklich, das ist ein Geheimnis. Das war auch der Grund, mit weshalb ich Theologie studiert habe. Ich wollte wissen, wie das ist. Ich wollte wissen, was hält die Welt im Innersten zusammen und auch, wie ist das mit dem danach? Ich habe da keine Antworten bekommen. Also ich glaube, das Theologiestudium wirft am Ende mehr Fragen auf, als dass es wirklich Antworten gibt. Genau, genau, so ist das. Und dann ein anderes Erlebnis, da war ich wirklich baff. Das war in der Zeit in Sachsen-Anhalt, da haben wir dann vor einer Buchpublikation einen Altbischof besucht, der da schon im Altenheim wohnte mit seiner Frau. Und der erzählte dann so, wie er mit einem seiner früheren Pröpste darüber gesprochen hat, wie das wohl sein wird im Himmel. Ob sie da so als Lichtwesen durch die Sphären geistern. Und ich fand das so, ich war so begeistert, dass die das so ehrlich und so mit so naiven Bildern besprochen haben, weil die meisten modernen Theologen sprechen ja, wenn es um Auferstehung und Ewigkeit geht, immer davon, naja, das Selbst oder die Person wird dann in der Ewigkeit Gottes irgendwie aufgehoben sein. Und das ist doch eigentlich… Sehr abstrakt. Abstrakt und total wenig. Also wenn man Paulus nimmt, von dem ja auch dieses Stammtier, unser Bürgerrecht liegt im Himmel, der geht ja vom Körper aus, von einem anderen verwandelten Körper, aber von einer leiblichen Auferstehung. Und du? Ja, leibliche Auferstehung. Also, man muss vielleicht dazu einmal ganz kurz vorweg schießen, dass ich ja chronisch erkrankt bin. Also, ich bin Typ-1-Diabetikerin seit meinem 13. Lebensjahr und habe noch weitere Folgeerkrankungen dadurch, bin also kein besonders gesunder Mensch und habe dadurch ja auch immer ein bisschen eine Endlichkeit vor Augen. Und das, was meine Vorstellung also angeht, was den Himmel betrifft, da ist natürlich der Wunsch so unfassbar groß, dass meine körperlichen Gebrechen dann einfach nicht mehr da sind, dass ich mir, also ich wünsche mir doch jetzt schon im Leben einen gesunden Körper. Also wünsche ich mir eigentlich auch für den Himmel, dass ich endlich in einem gesunden Körper bin und eben nicht in dieser, in dieser, in diesen Lichtgestalten oder wie die das da genannt haben oder dass meine Seele da irgendwo rumschwirrt oder dass es etwas ist, was ich mir mit meinem menschlichen Gehirn momentan noch gar nicht basteln kann, weil das so göttlich ist, dass es nicht zu erfassen ist, sondern ich habe eine ganz naive, total egoistische Vorstellung davon, ich möchte in einem einmal in meinem Leben oder eben danach in einem gesunden Körper sein, der Kraft hat für alles, was er tun will, der Treppen nach oben rennen kann, der Körper, der genügend Luft bekommt, der keine, der nicht in Angstzustände und Verhungerungszustände zwischendurch gerät und so. Also ich habe da auch eine ganz klare Wunschvorstellung, wie es im Himmel ist. Und das ist eine, nach der maximalen Heilung, das maximale Heilwerden und dann eben auf allen Ebenen. Ja, und das verspricht die Bibel ja auch. Punkt. Das ist unser Heilwerden. Richtig. Nehmen wir das mal so, wie das ist und versuchen nicht alles immer zu erklären und zu durchdringen, weil manches funktioniert, können wir eben auch nicht durchdringen und verstehen. Schlenker zu etwas, was auch mit Heimat zu tun hat und was, glaube ich, mit auch so das Liebste ist, was du selber hast und machst. Ich bin gespannt. Die Musik. Ja. Musik ist ja, Musik ist auch Heimat. Es gibt Lieder, da kommen mir die Tränen. In Ostfreseland ist am besten. Also nach der Melodie von Weißt du, wie viel Sternlein stehen, die Nationalhymne. Und du singst eines meiner Lieblingslieder. Ein Lied von Element of Crime, was auch Albertus Ackermann singt. Der singende Wattführer auf Borkum unbedingt, bei dem Menschen eine Wattführung buchen. Absolut. Oder bei so einem LaVai-Konzert gehen, wo er auch dann an der Quetschkommode sitzt. Traumhaft. Also der spielt Akkordeon. Also Quetschkommode ist, glaube ich, ein bisschen zu lasterhaft. Die Hafennacht e.V. macht das und du auch. Und auch platt. An Land. Ja. Und wenn ich singen könnte, würde ich singen. Also ich finde das so ein schönes, so ein schönes Lied. Musik und Heimat, wie ist das bei dir? Also erstmal an dieser Stelle nochmal danke Sven Regener, dass ich das machen durfte. Danke, dass du mir die Erlaubnis gegeben hast, diesen Text platt zu machen und dann auch zu veröffentlichen. Musik. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn ich so einen letzten Ton singe, dass das wie nach Hause kommen ist. Wenn ich so einen letzten Ton von einem Lied singe, wo so alles entweder durig oder mollig oder wie auch immer einfach zu Ende geht und irgendwo ankommen mit so einem Lied. Dass das auch schon ein Nachhausekommen ist sozusagen. Das habe ich schon vor, ich glaube vor 20 Jahren in mein Tagebuch geschrieben, dass sich der letzte Ton anfühlt wie nach Hause kommen. Und das zieht sich sehr durch mein Leben. Aber um zu einem letzten Ton zu kommen, muss man halt auch einen ersten singen. So und da, ich bin so unfassbar zu Hause, wenn ich Musik machen darf. Nicht nur, weil bei uns in der Familie immer Musik gemacht worden ist, auch Oma und Opa immer zweistimmig gesungen haben und eben Handöl gespielt haben und Mundharmonika. Sondern eben auch mein Vater als Berufsmusiker und wir immer mit der ganzen Familie, auch immer jetzt noch, miteinander singen und Musik machen. Da bin ich total zu Hause. Und wenn ich das machen darf und ich habe dieses Privileg in meinem Leben, dass ich damit sogar irgendwie meine Miete zahlen kann. Ja, da schwimme ich schon manchmal sehr in Dankbarkeit. Jetzt momentan sehr schwierig. Ich singe viel gegen Wände, gegen Duschwände, gegen Schlafzimmerwände, Bürowände, Studiowände, weil einfach kein Publikum da ist. Das bringt die Pandemie gerade so mit sich und ich freue mich sehr über einen Sommer mit niedrigen Inzidenzen und ein paar Menschen vor der Bühne, mit denen ich das dann teilen kann. Dieses Nachhausekommen. Ja, warum hat Musik so viel mit Heimat zu tun? Also wenn ich, was mir eingefallen ist bei der Vorbereitung, ist diese Bilder 1956, die letzten Kriegsheimkehrer aus der Sowjetunion, die nach Friedland kommen. Und die singen dann, nun danket alle Gott. Oh Gott, ja. Und dann, also da kommen mir selbst die Tränen. Also wenn ich diesen Gesang höre, da knallt das bei mir voll rein. Das hat übrigens mein Opa gespielt auf dem Harmonium. Als die Mauer gefallen ist. Ja. Also es, da haben wir auch alle sehr geweint. Also es scheint, wir, also ich habe manchmal das Gefühl, Musik ist der Soundtrack auch unseres eigenen Lebens. Und wenn es nun, nun danket alle Gott ist oder die ein oder andere Strophe von guten Mächten. Und ich finde, es gibt so absolut lebensbegleitende Soundtrack-Lieder, die immer wieder im Leben auftauchen und die uns immer wieder Halt geben, die uns immer wieder, aber auch Motivation geben und Kraft geben vor allen Dingen. Weil wenn wir, vor allen Dingen, wenn wir es selber singen und wenn es nur ist, weil es irgendwie im Radio läuft und wir am Steuer sitzen und mit grölen. Ich finde, es hat eine unglaublich stärkende Wirkung. So, Musik. Und ich weiß nicht, grölst du mit so im Radio? Wie singst du überhaupt? Ich meine, du bist Pastor. So ein bisschen Kyrie und Halleluja geht. Genau. Das, naja, Kyrie finde ich ist schon schwer, weil die Stimme sehr weit hoch steigen und klettern muss. Das hat dann unsere Organistin Susan Hörscher, ich danke dir, immer ein bisschen tiefer gespielt, damit ich auch hochkam. Sehr gut. Ansonsten, meine Mädchen sagen, sie finden mich ja sowieso total peinlich gerade. Und in Weihnachtsgottesdiensten, wenn ich merke, dass die Leute um mich herum nicht singen, dann singe ich laut und kräftig. Sehr schön. Und das mache ich auch bei den Pfadfindern. Ich bin ja leidenschaftlicher Pfadfinder, junger Mann und wir singen kräftig. Und in Ostfriesland habe ich gelernt, ein bisschen Shave had got laid. Richtig. Also wenn ein falscher Ton dabei ist. Es muss nicht schön sein, aber laut. Genau. Und es muss das Herz berühren und aus dem Herzen kommen. Und so singe ich. Und ich singe eigentlich gerne, muss ich sagen. Also ich hatte ja jetzt den Luxus, auch irgendwie in dieser Pandemie mein Weihnachtsalbum aufzunehmen und das irgendwie pandemiegerecht. Und es war noch das erste Corona-Jahr. Wir waren alle noch maximalst verunsichert, wie man so etwas machen kann. Ein Album aufnehmen, wenn nie zwei Menschen gleichzeitig im Studio sein können. Wir haben es irgendwie geschafft und es ist nun mal ein Weihnachtsalbum. Und wenn wir schon davon sprechen, was bedeutet Heimat für mich, was bedeutet Familie in diesem Kontext für mich und Sprache, dann ist, und eben Musik auch, dann ist vor allen Dingen für mich Weihnachten das Größte, was ich mit Heimat betiteln würde, was man sich vorstellen kann. Also das Weihnachten, Bethlehem, alles drumherum, auch gerne manchmal mit einer Ladung Zuckerguss übergossen, aber eben auch mit Strohsternen und Äpfeln und Mandarinen. Es ist einfach das Höchste aller Gefühle. Das stimmt. Also das leuchtet mir sofort ein. Also ich finde, die Jahreszeit, wo man wirklich zu Hause ist, das ist Weihnachten. Auch wenn manches immer wieder schief geht und so viel Stress dabei ist, aber das ist echt ein großes Fest des Nachhausekommens. Zu sich selbst, zu den anderen und auch sicherlich zum eigenen Glauben. Du hast wahrscheinlich viel gepredigt an so den Weihnachtsfeiertagen. Ja, auch. Also das war schon immer Stress, aber ich merke auch, wenn man so auf Weihnachten zugeht, man bemüht sich immer, alles gut zu machen und das möglichst stressfrei zu machen. Und das gelingt irgendwie trotzdem nicht. Irgendwas ist immer. Aber glücklicherweise, vergangenes Jahr haben wir das ganz gut geschafft, dass dann Heiligabend selbst, Friede, Freude. Neujahrskuchen. Nee, leider nicht. Neujahrskuchen habe ich früher immer importiert bekommen oder exportiert bekommen aus Backwand. Die hatten wir diesmal nicht. Das ist ein bisschen schade, aber mit dem Herzen verbunden. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Was hast du noch für Träume für dieses Jahr? Also Amerika? Konzerte, Auftritte? Ja, und zwar so, dass ich da auch gut wieder reinfinde. Also ich habe schon ein bisschen Angst davor, dass wenn alles mit großer Macht und so eng getaktet auf einmal wieder auf mich zukommt und dann steht das da auf einmal im Kalender und es kann wirklich alles so stattfinden, dass mich das auch ein bisschen überfordern könnte. Nicht nur körperlich und stimmlich, sondern eben auch emotional und psychisch. Weil wir, also ich finde schon, die Uhren ticken anders seit zwei Jahren. Wir selbst ticken anders. Ich habe mich auch verändert in den letzten beiden Jahren. Da hoffe ich, dass ich da einen guten Einstieg wiederfinde und dass das Publikum gnädig mit mir ist. Ich weine ja auch manchmal auf der Bühne, wenn mich etwas berührt. Und ich kann mir, wenn ich jetzt gerade daran denke, vor Publikum zu stehen, dann steigt es auch schon wieder bei mir hoch. Das tut mir sehr leid, aber also wer gerne mal dabei sein möchte, wenn ich weine, guckt euch den Tourplan an. Es passiert häufig und ich kann mir gut vorstellen, dass es im Sommer sehr häufig passiert, dass die Tränen aufsteigen. Ich wünsche mir, dass der Dezember endlich in diesem Jahr einer ist, wo ich Weihnachtskonzerte, also in dem ich Weihnachtskonzerte spielen kann. So, jetzt in diesem Dezember war es so, dass von 22 Bethlehem-Terminen nur drei übrig geblieben sind und davon waren zwei Gottesdienste. Das würde mich schon freuen, mit Bethlehem, also mit meinem maximalst Zuhause zu den Menschen endlich zu kommen. Das würde mich total freuen. Ich freue mich vor allen Dingen darüber, wenn wir das schaffen, als Gesellschaft durch diese, und es wird uns noch ein bisschen fordern, als Gesellschaft durch diese Pandemie noch zu kommen. Ich glaube, das ist gerade die größte Herausforderung, die wir irgendwie wuppen müssen und es ist unfassbar schwer. Also das merken wir, glaube ich, auch alle in unseren nahen Freundes- und Familienkreisen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe mit sehr vielen Menschen gesprochen, die sagen, ja, wir haben auch so ein, zwei Leute und mit denen können wir kaum noch sprechen, weil sie doch sehr, ich möchte nicht sagen querdenken, sondern querschlagen. Ja, da würde ich mir sehr freuen, dass wir da einen Weg mit Miteinander finden. Ja, ja, das Virus trifft uns an unserer empfindlichsten Stelle, nämlich Nähe. Und wir sind so sehr auf Nähe angewiesen und das führt zu starken Konflikten. Ich habe das selber im Freundeskreis. Natürlich kenne ich auch Leute, die sich nicht impfen lassen und die das auch argumentativ unterlegen. Und wir brauchen weite Herzen, alle miteinander. Also sowohl wir, die wir uns impfen lassen aus guten Gründen und die anderen, die sagen, nee, auch die brauchen weite Herzen für uns. Nur so, denke ich, kann man da auch gut durchkommen. Und was du so erzählst von Weihnachten, Mensch, ich denke gerade, wir müssen eigentlich unbedingt sowas machen wie einen Radiogottesdienst. Oh, bitte. Wo du Bethlehem singst. Wir brauchen eine tolle Gemeinde, wo man das machen könnte. Es gibt ja einige tolle Gemeinden in Ostfriesland zum Beispiel, die wir beide kennen. Ja, zum Beispiel. Das würde mich sehr freuen. Ja, das wäre eigentlich eine Sache. Das wäre doch mal. Das wäre was. Guck mal. Und jetzt zum Abschluss. Die Basiskirche. Das ist der neue heiße Kram auf YouTube. Und du bist dabei. Was ist die Basiskirche und warum lohnt sich das, die anzuklicken, ein Abonnement zu setzen, sich an der Community innerhalb der Kommentarleiste mitzubeteiligen? Also die Basiskirche, also Basis-Doppelpunkt-Kirche, die ist einfach zu jeder Zeit für dich da. Das ist ja das Tolle an dieser ganzen digitalen Welt. Wir müssen nicht mehr linear Fernsehen gucken. Wir müssen nicht analog zu einer bestimmten Uhrzeit 10 Uhr sonntags in den Gottesdienst, sondern dieses Format gibt jedem die Chance, zu jeder Zeit, wenn wir Gemeinschaft brauchen, wenn wir Rat brauchen, wenn wir auch im Digitalen Nähe spüren wollen, uns da reinzuklicken in die Basiskirche. Die Basiskirche findet man bei YouTube, richtig. Gibt es auch in allen anderen sozialen Netzwerken. Aber YouTube ist so the place to be. Da gibt es ganz viele Videos mit Segen, mit Gebeten, mit Talks, mit Musik. Also alles eigentlich, was unser Herz begehrt, wenn es auf der Suche ist nach Fragen, nach Antworten, nach Sinn. Und ich habe dieses große Glück, das muss man wirklich sagen, das große Glück, Teil dieser Basiskirche sein zu dürfen. Obwohl ich immer, ich sage ja immer gerne, ich bin so ein bisschen die Mogelpackung da, denn ich bin keine Theologin. Warum ich keine Theologin bin? Warum Mogelpackung? Nein, also die anderen Creators, die da so den Content machen, die haben alle schon ein anderes theologisches Fundament, was sie mitbringen. Also abgeschlossenes Studium der Theologie oder der Religionspädagogik. Sie sind DiakonInnen, VikaInnen, Pastörchen und so weiter. Das bin ich nicht. Ich habe ein abgebrochenes Religionspädagogik-Studium, das befähigt mich nicht, mich Theologin zu nennen, höchstens Küchentheologin. Das bin ich auch sehr gerne. Ich erzähle aber unglaublich gerne von meinem Glauben. Und das tue ich im Analogen genauso wie im Digitalen. Deswegen freue ich mich so, dass ich dabei sein darf und dass die Menschen das Gefühl haben, ich kann denen, die da reinklicken sollen, kann denen irgendetwas mitgeben oder finde Worte für die, die sie gerade brauchen. Und das weit entfernt vielleicht auch von dem Kirchenton, den wir vielleicht so gewohnt sind. Also ja, diese Basiskirche spricht vielleicht eher Menschen jüngeren Semesters an, so wie YouTube nun mal viel Menschen jüngeren Semesters anspricht. Aber auch meine Mutter findet den Kanal toll. Die ist älter als wir beide. Also von daher, ich kann es nur empfehlen, sich dort reinzuklicken. Ich bin auch mit ein paar Gebeten am Start. Ich habe einen ganz tollen Talk mit dem Pastor Max Bode aus Bremerhaven. Das geht auch. Der ist, genau. Also das macht unglaubliche Freude. Und ich hatte wirklich am Anfang so das Gefühl, darf ich das auch noch machen? Bei dem, wo ich am Anfang gesagt habe, immer wenn die Leute alles aufzählen, was ich so mache, wird mir ganz schwindelig. Darf ich überhaupt das auch noch zusagen? Und ist das nicht vielleicht sogar so ein kleines Schneckenhaus, in das ich mich zurückziehe, weil ich mich in Kirche gut fühle? Weil ich was in Kirche erreichen möchte, aber trotzdem mich dort sicher fühle? Und dann hat tatsächlich jemand einfach zu mir gesagt, weißt du was, Anni, es dürfen sich auch mal Dinge einfach nur gut anfühlen im Leben. Und dann darf man dazu Ja sagen. Und ich habe Ja zur Basiskirche gesagt. Und sie zu mir. Und jetzt gucken wir mal, wie lange die Ehe andauert. Gut. Das ist doch vielleicht auch sogar ein schönes Schlusswort. Oder hast du noch so ein besonderes Schlusswort? Also Margot Käßmann sagt immer, bleiben Sie behütet bei unserem Podcast Mensch Margot. Schöner Podcast übrigens. Danke. Bitte. Das werde ich weitergeben. Die freuen sich. Also ich würde sagen, munter heulen und Gesundheit, liebe Leute, für euch alle. Das ist mit manchmal das Aller, Allerwichtigste. Und ich kann nur sagen, geil blut miteinander. Und heut ja fuchtig. Tschüss. Vielen Dank für das Einschalten von Sinnsuche. Mehr dann später mit meinen Kolleginnen, mit Susanne Richter und mit Marco Vogt. Und bis bald. Man muss nur die richtigen Gäste haben. Ja wunderbar. Das habe ich jetzt aber gehört doch. Ich denke dir die ganze Zeit, Mensch, was bist du für eine tolle Frau, willst du mich nicht beheiratet? Ja, ich habe schon den Antrag von Vanessa bekommen. Ja, das mag ja nichts, ich bin ja auch verheiratet. Ja, denk doch mal drüber. Ja, manchmal, was hat meine Schwester mal gesagt, manchmal muss man aus einer Beziehung abgeholt werden. Der Fotograf ist da. Echt? Ach, wie schön. Oh, super. Ey, wuh, wuh. Kannst du kommen, Herr Fotograf? Ein Podcast der Kirche im NDR. Ein Podcast der Kirche im NDR. Ein Podcast der Kirche im NDR. Ich bin auf der Kirche im NDR. Sai, wir stehen da spiel und krig wo die pedir张te der Kirche im NDR. Wir stehen da. Ja,avia. Und wir stehen da dazu. Ich bin jenometr ignored. Und ich bin jenometrisch. Und und die� 그때 das Sirius li demons Design 3IEF認識 also oben n仮erem. Und auf dem, das war in memory des cambienмосzesetensivsystem. kann es nicht nur um die Zeitung am Ende weiterver recollichen. Und das ist einfach mehr feast. E Weniger die nächsten Rosenzäu-S longtime, Vielen Dank. 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 , 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